Herzlich willkommen zu einem neuen Video von DeinBesterVergleich. Heute wollen wir drei verschiedene Modelle von Mikrowellen aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen, so dass ihr eine gute Kaufentscheidung für euch treffen könnt. Wollt ihr euch noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der Mikrowellen bestellen, schaut einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir euch alle drei Varianten verlinkt. Bleibt bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den Toshiba MW2. Wir möchten dir heute ein elegantes und kompaktes Design präsentieren, das ideal für deine Küche ist. Diese Mikrowelle bietet fünf Leistungsstufen für mehr Flexibilität in der Küche. Vom Warmhalten bis hin zum Kochen von Flüssigkeiten. Mit der energiesparenden und langlebigen LED-Beleuchtung im Innenraum hast du jederzeit eine einwandfreie Sicht während des Programms. Die Toshiba MW2 Mikrowelle bietet außerdem praktische Funktionen, wie das Auftauen nach Gewicht und Zeit, eine 35-minütige Küchenuhr, rutschfeste Füße und einen stabilen Drehteller. Die Oberfläche des Innenraums ist einfach zu reinigen. Die Oberfläche ist von Kratzern und Verschmutzung geschützt. Die Mikrowelle verfügt trotz der kompakten Größe über einen großzügigen Innenraum. Für mehr Infos zu diesem Modell, klickt einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch das Modell auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den Severin MW7874. Du möchtest in kurzer Zeit leckere Gerichte zubereiten, ohne dabei auf Qualität und Flexibilität zu verzichten? Dann ist die Severin Mikrowelle mit Grillfunktion und Aufwärmeprogramm genau das Richtige für dich. Mit 700 Watt Leistung erwärmt sie Nudelgerichte, Fleisch, Fisch und Backwaren in Hand umdrehen. Durch den lackierten Garraum ist die Reinigung kinderleicht. Selbst bei hartnäckigen Flecken. Die neuen Leistungsstufen inklusive Grillfunktion und Auftauprogramm nach Gewicht und Zeit ermöglichen dir eine vielseitige Zubereitung deiner Lieblingsgerichte. Der praktische Grillrost sorgt für knusprige Ergebnisse und kann separat oder zusammen mit der Mikrowellenfunktion genutzt werden. Diese Mikrowelle ist der perfekte Begleiter für deinen Haushalt. Alle weiteren Infos zu dieser Mikrowelle könnt ihr im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir euch nun den absoluten Bestseller, die Panasonic NN-GD38 vorstellen. Mit der Grillkombi-Mikrowelle NN-GD38 ermöglicht Panasonic den preisbewussten Einstieg ins gesunde Dampfgaren. Das neue Zubehör der Dampfgarer macht aus dieser Inverter-Mikrowelle ganz einfach ein cleveres Dampfgargerät. Mit der praktischen Pizza-Pfanne werden herrlich knusprige Pizzen, Flammkuchen oder Fleisch ganz einfach in der Mikrowelle zubereitet. Mit insgesamt 17 Gewichtsautomatikprogrammen und einer Leistung von jeweils maximal 1000 Watt für Mikrowelle und Grill kannst du deine Speisen punktgenau und schonend zubereiten. Dank der Inverter-Technologie sparst du außerdem Zeit und Energie. Und das Beste daran, diese Kombi-Mikrowelle ist auch für das Dampfgaren geeignet. Der Steamer ist direkt im Lieferumfang enthalten. Probier es aus und erlebe das volle Potenzial mit dieser Kombi-Mikrowelle. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten euch die Kaufentscheidung erleichtern. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit eurer neuen Mikrowelle.